Hallo und ein herzliches Willkommen zur Fortsetzung unseres Trips in die Sheraton Road. Also wir sind mit dem Uber hergefahren, wir haben es einmal probiert. Klappt super, ist günstig und man ist unterwegs in der Orgata wirklich um einen sehr, sehr billigen Preis. Also wir haben bezahlt 3 Euro, er hat uns da abgesetzt und jetzt gehen wir herum. Und wenn ihr mehr sehen wollt, bleibt dran, schaut euch das Video an bis Ende. Und so seid ihr mit dabei, wenn wir die Sheraton Road ein bisschen rauf-runter spazieren. Also viel Spaß! Der Fortsetzung Ihr müsst immer ein bisschen schneller gehen, wenn ihr über die Strasse geht, weil die bleiben nicht stehen hier. Also McDonalds ist hier auch wirklich McDonalds. Das ist Original. Super. Ganz schön. So viel Essen. McDonalds ist wirklich McDonalds so wie in Europa. Es schmeckt alles super. Gut und super lecker. Und die Burgers sind riesig. Und die Burgers sind riesig, so wie meine Tochter es sagt. Weil sie hatte schon probiert. Und die Burgers sind riesig. Und die Burgers sind riesig. Und die Burgers sind riesig. Die Burgers sind riesig. Und 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 die Burgers sind spiegelt. Wartet, wartet doch mal! Langsam! Er ist tot! Also, so ein Zufall gibt's. Wir haben uns für heute nicht ausgemacht, dass wir uns treffen, aber wir haben ihn heute getroffen, es ist ein guter Bekannter von uns. Der ist jetzt super hinter dir. Der bleibt niemand stehen. Wir sind in der Strasse. Der bleibt niemand stehen. Aber er sagt, wir wollen es. Du musst laufen. Laufen, laufen. Laufen, laufen. 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 Was? Ja. Ja, ich habe, aber ich habe nicht so viel Internet. Aber es ist zu viel, Habibi. 45 Euro für 20 Giga. Hier? Ja. Ich kaufe diese Karte. Ja. 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 Es ist mehr günstiger als in Austria. Ja. Ja. Nein, es ist dicht. Nein, es ist dicht. Nein, es ist dicht. Nein, es ist dicht. Ah, es ist dicht. Ich glaub' es hat wieder zu früh. Ich glaub', dass hat erst am Abend Okay. Zufälle gibt es, ha? Nicht ausgemacht, aber du triffst dich mit ihm. Drei, vierter, ja. Am Abend macht er es auf, erst ab halb sieben. Das macht immer am Abend auf. Wie lange? Drei Stunden. Wir müssen wiederkommen, aber am Abend. Wie lange? Wir müssen in der Nacht kommen, ja? In der Nacht? In der Nacht, ja. Nein, nicht in der Nacht. Aber ich weiß nicht. Vielleicht, wenn wir wollen, wir sehen, dass wir hier noch mehr haben. Vielleicht? Okay, hey! Wir können, wo wir gehen können. Wie lange? Wie lange? Wie lange? Ja. Wie lange? Ja. Ja, wir können. Es ist weit weg von hier. Es ist nicht weit weg. Okay. Wie lange? Marina. Warum? Ja, wir können. Wie lange? Wie lange? Wir können. Wie lange? Wir können. Ja, wir wollen. Wir gehen dort hin wegen Schatten. Ach so, wegen Schatten. Ja, habe ich ihn doch richtig verstanden. Ich war mir nicht sicher. Passt. Ich würde es überhaupt passen hier. Auf gut Glück. Ich töte. Ich sterbe. Ich werde so ein Chili-Grüller kriegen. Also, er ist gewohnt, er lebt hier. Er lebt hier, er ist ja gewohnt. Er lebt hier, er lebt hier. Er lebt hier, er lebt hier. Er lebt hier, er lebt hier. Wir gehen jetzt mal auf ein Café. Dass wir mal ein bisschen runterkommen von den Trubels. Nein, Scherz. Es ist ein bisschen heiß natürlich. Dementsprechend tut man da schon ein bisschen, dass man sich hier mal ausruht. Es hat, glaube ich, die 40 Grad heute. Er lebt hier. Er lebt hier. Er lebt hier. Er lebt hier. камeras. Er lebt hier. Er lebt hier. Die Kinder sprechen Englisch. Josef, Medina, Amina. Mama don't speak English. So, also, es ist 19.30 Uhr und wir sind zurück von unserer Spazierfahrt, also von Sheraton Street, wo wir waren. Das Resümee des Tages, es war wunderschön. Also, Hurgada ist immer wert, es alleine zu erkunden, also ohne irgendwem. Also, wir haben Uber probiert, Uber getestet, hat super funktioniert. Wir haben 57 Pfund bezahlt, das sind knappe 3 Euro. Von Alibaba Palace bis hin zur Sheraton Street, also zum McDonald's, wo wir waren. Also, gar nichts. Beim Zurück haben wir ebenfalls 60 Pfund bezahlt. Da fahren wir in ein normales Taxi, also diese roten. Wir waren 7 Personen hier in einem Auto. Aber das ist, äh, in Ägypten ist das normal. Äh, das wollte ich sagen, ja. War wunderschön. Es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Euch gefallen unsere Videos. Äh, bleibt dran bei unserem Kanal. Ich wollte mich jetzt nur noch kurz melden. Wir werden jetzt nur noch, dass die Kinder Mini-Disco machen. Und danach, dann werden wir ins Zimmer gehen und für heute mal Schluss machen. Wir sehen uns wieder und hören uns wieder im nächsten Video. Und ich sage jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.